Anton Brugner hält ja nicht nur bei seinen symphonischen Werken viele tolle Stellen für uns Hornisten bereit, sondern auch in seinen geistlichen. Und hier spielen wir einen Auszug von einem ganz besonders schönen Choral, ein Andante. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. Applaus